Was sagst du dazu, dass Manu Fett abgesaugt hat, anstatt wie ein Mann zu trainieren oder Ernährung aufzupassen? Bro, ich wette mit dir, du würdest sich das nicht trauen, ihm ins Gesicht zu sagen, wenn er vor dir steht, Digga. Leon, was denkst du über die momentane Bushido-Flair-Situation? What the fuck, Bro? Leute, die am Start sind, die ihr Ding machen, die ihr Traum verfolgen, haten auch nicht im Internet, exposen nicht im Internet und stellen auch niemanden Blows im Internet, so. Was muss für dich eine Frau haben für eine ernsthafte Beziehung? Feier dein Mindset, Brother. Beziehung im Club, bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster, yeah. Wir sind fach heute nah, zu zweit aus dem Club und... Beysa, ich küsse dein Herz. Du warst der erste Zuschauer, glaube ich, mit dem ersten Like sogar. Bester Mann, Digga. Oh, Beysa könnte auch eine Frau sein. Küsse dein Herz, Beysa. Schreib mal rein, Mann oder Frau, Bro? Beysa ist eine Frau, ne? Ja, scheiße, Mann, ich muss das noch lernen, das kann nicht wahr sein, ey. Ich kann die Frauen nicht immer disrespekten, wenn ich Bro sag und, 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 weißt du, wie ich mein? Schwester. Was geht ab, Brüder und Schwester? Willkommen zum neuen Stream hier an der Stelle. Was geht, Bro? Penst du heute im Van? Ey, lass mal stecken, Bruder. Lass mal stecken, Digga. Erstmal nicht, ich muss... Ich bin jetzt drei, vier Tage auch nicht wirklich viel geschlafen. Aber ist okay, ist gut, ich bin am Hasseln. Was sagst du dazu, dass Manu Fett abgesaugt hat, anstatt wie ein Mann zu trainieren oder Ernährung aufzupassen? Bro, Bro, das hat nichts mit Männlichkeit zu tun, Digga. So, jedem seins, Digga. Hör auf, Fitna zu machen, Bro. Ich wette mit dir, du würdest dich das nicht trauen, ihm ins Gesicht zu sagen, wenn er vor dir steht, Digga. Und da fängst du doch schon an. Im Internet die Balls rausholen, ist nicht so nice, Diggi. Fühl dich nicht. Und ich hab Love für Manu. Also, be respectful, motherfucker. Jemmo, bist du da, Digga, oder was? Jemmo, Abi. Ah, da ist er doch gerade, Digga. Ich küsse dein Herz, ich hab dir gerade geschrieben, Bruder. Motherfucker, bin da. Auf jeden Fall bin ich brutal im Arsch, Bro. Hab nicht so viel geschlafen, aber wenn ich durchziehen will, ziehe ich durch, Digga. So, wir streamen auf jeden Fall heute wieder. War nur eine Frage, was würdest du eher empfehlen, operieren oder trainieren? Ja, Bro, aber wie ein Mann trainieren, das war schon so. Also, du bist ja da, du hast ja impliziert quasi, dass Manuel Sinn kein Mann ist, Digga. Und das würde ich wieder, dem würde ich definitiv widersprechen. Du weißt ja, oder ihr wisst ja, dass ich seit elf Jahren, glaube ich, trainiere. Anständig im Gym. Und ich bin natürlich ein Fan davon. Im Gym Gas zu geben, Bruder. No matter what, you know. So, einfach durchziehen. Ohne Wenn und Aber, Bruder. Und, äh, ja. Wenn ihr durchzieht, also wenn ihr abnehmen wollt, dann geht ins Gym, Bruder. Bruder. Also, geht hart trainierend, ernährt euch vernünftig. Aber wenn, keine Ahnung, Bro. Ich meine, es gibt immer, ich, ich, ich kenne, ich stecke ja da auch nicht drin. So, ich weiß ja auch nicht, warum er das gemacht hat, wie er das gemacht hat und so. Vielleicht, vielleicht schaut er ja dazu nochmal ein Statement irgendwann in einem Interview oder so aus, weißt du. Talk-Video war Baba. Mehr davon, Bro. Lyrik 95. Ich küsse dein Herz. Dabei ist alles, Bruder. Kommt auf jeden Fall. Muss halt schauen, wann und wen man so vor die Kamera kriegt, so. Für einen Talk. Aber hier sind schon sehr viele interessante Personen. Ich muss noch überlegen, so, weil viele sind natürlich auch englischsprachig oder sogar spanischsprachig. Spanisch wird schwer, aber in Englisch kann man sowas definitiv machen. Aber ich will halt auch dann die deutsche Community nicht ausschließen, so. Weißt du. Das heißt, man müsste da mit Untertiteln arbeiten. Das ist relativ stressig. Da bräuchte ich jemanden, der mir da hilft. Also schauen wir mal. Du siehst richtig gut aus, Nohomo. Mexiko-Vibes tun dir gut. Dankeschön, Bro. Oder Schw... Nee, ist ein Bro, ne? Selfish. Calvin ist ein Bro. Ich passe jetzt immer auf. Dankeschön auf jeden Fall. Ich küsse dein Herz. Ich bin heute brutal am Arsch. Kann sein, dass ich ein bisschen kaputt aussehe. Aber das ist ja auch zweitrangig, wie ich aussehe. Ich bin auf jeden Fall da. Wie ist Qualität? Sollte gut sein, ne? Wer ein Mitglied ist, bekommen nur die bestimmten Leute bestimmte Videos von dir zu sehen. Dafür ist es ja da. Nein, dafür ist es nicht da. Mitgliedschaft ist erstmal in erster Linie da, um deinen Favorite-Youtuber oder den, den du hast, zu supporten, Digga, so. Was ich dann entsche... Also so, natürlich kann man da noch Spielereien machen, so. Ich hab mich da jetzt noch nicht so reingefuchst, aber man kann irgendwas machen, dass die Videos für Mitglieder vorher... Auf jeden Fall kann man da so Spielereien machen, von wegen Mitglieder kriegen die Videos vorher angezeigt und da hab ich auch Bock drauf, so. Dass die Mitglieder auf jeden Fall dann die Videos ein bisschen früher zu sehen bekommen und noch andere Spezialitäten kann man da machen, Digga. Ich werd mir das auf jeden Fall nochmal richtig zu Gemüte führen. Aber ja, in erster Linie ist es auf jeden Fall da, um zu supporten. Also wenn ihr Content supporten wollt, wenn ihr wollt, dass es hier weitergeht, Digga, dann lasst eine Mitgliedschaft da und wenn nicht, dann nicht. Ist auch nicht schlimm, Bro. In welcher US-Stadt würdest du leben wollen? Och. Bis jetzt hatte ich im Kopf L.A. und Miami, Bro. Brutaler Talk mit Justine Meister, aber wieso zur Hölle Karl S.? Einfach so, weil ich Bock drauf hab. Der Typ ist ein Dummschwätzer, der öffentlich exposed wurde. Ja, ja, genau. So, das heißt noch lange nicht, dass es ein schlechter Mensch ist, so. Ihr solltet euch mal ein bisschen so vom Internet ein bisschen entfernen, Leute, ja. Also das kann ich nur jedem ans Herz legen. So richtige Hustler hängen nicht den ganzen Tag im Internet rum. Leute, die was erreichen wollen, Leute, die vorankommen wollen, hängen nicht den ganzen Tag im Internet rum. Leute, die am Start sind, die ihr Ding machen, die ihr Traum verfolgen, haten auch nicht im Internet, exposen nicht im Internet und stellen auch niemanden bloß im Internet, so. Das sind alles Leute, die eine gewisse Unzufriedenheit mit sich selbst am Start haben, irgendwo was kompensieren, so. Deswegen, bleibt gespannt, Dicker. Wird bestimmt ein nicer Talk, so. Und dann, guckt es euch doch einfach an. Da kann nur ein interessanter Talk entstehen, auch wenn viele von euch den vielleicht nicht mögen, oder so. Am Ende des Tages geht es auch nicht darum. Ich habe eine gewisse Vergangenheit mit dem Brother, so. Und ich finde, man könnte da mal, man könnte da mal reinschauen, Digga, so. Weißt du, man könnte den mal ausfragen. Und auch wenn er kontrovers ist, so, ich feiere ja auch nicht alles, was er macht. Trotzdem würde ich gerne mal ein paar Fragen stellen in real life. Und der ist halt auch in Cancun, ne. Demnächst. Und warum nicht mitnehmen, Bruder? Was muss für dich eine Frau haben für eine ernsthafte Beziehung? Feier dein Mindset, Brother. Einen schönen, knackigen Popo. Wehschu. Ja. Nennig. Bruder. So. Nein, also. Bro. Ich habe da eigentlich keinen speziellen Typ, was Äußerlichkeit angeht, so. Jede Frau kann irgendwo schön sein. Ja, Bro. So. Es ist schwer, so runterzubrechen, was eine Frau für mich haben muss. Am Ende des Tages muss sie mich eigentlich nur umhauen, so. Am Ende des Tages muss ich einfach das Gefühl haben, die ist die Richtige. Bro, mach mal kurz Vocal Tutorial für Logic. Wäre mega. Boah. Da bin ich zu, da bin ich jetzt gerade zu müde für, Bro. Ich küsse dein Herz. Was motiviert dich aktuell? Meine Mom. Schon immer. Kein Bock mehr, dass die arbeiten muss. So. Eigentlich auch kein Bock mehr, dass die in Deutschland leben muss. Deswegen, äh, meine Mom, Bro. Ich muss Gas geben, allein dafür. und ansonsten, oder so einfach, meine Ziele, meine Träume, die ich habe, so, die ich schon lange habe, die will ich endlich verwirklichen. So. Man kam ab und zu mal vom Weg ab, man hat auch eine gewisse Zeit gebraucht, eine gewisse Selbstfindungsphase gebraucht, bisschen Abstand gebraucht von dem ganzen Shit, der auch in Deutschland passiert ist, so. Aber jetzt gerade bin ich wieder so 100% auf dem Fokus, 100% am Durchdrehen, am Gas geben, so. Ich hoffe, ihr merkt das auch und ich hoffe, ihr wisst es auch zu schätzen. Danke auf jeden Fall für die ganzen Mitgliedschaften, die schon abgeschlossen wurden. Spaß. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr das auch zu schätzen wisst, weil ich bin wieder motivierter denn je und will durchziehen, Digga. So. Willst du deine Mom nach Mexiko holen? Ich will meine Mom einfach das ermöglichen, was sie für sich noch so haben möchte, so, weißt du, so im Leben. So, wenn es nicht Mexiko ist, ist es nicht Mexiko. So, ich will einfach, dass die noch irgendwie ihren Traum lebt, so. Weißt du, was ich meine, so? Einfach noch irgendwie, keine Ahnung, noch genug Zeit hat, weil die hat so viel Zeit in uns investiert, in mich und meinen Bruder, dass wir unser Ding machen können. Die hat uns so geil erzogen, alleine, als alleinerziehende Mutter, so. Dass ich, ich muss mich darum kümmern, dass sie einfach ihren Traum leben kann, so. Noch. Weißt du? Das ist mir sehr, sehr wichtig. Leon, siehst du Wege heutzutage ohne eine Ausbildung? Ja, safe, Bro. Safe. Also, man muss keine Ausbildung machen, aber eine Ausbildung ist nicht verkehrt, Digga. Eine Ausbildung ist sogar sehr gut, finde ich. So, eine Mischung aus Praxis und Theorie ist immer gut, Bruder. Und diese drei Jahre, wenn es was ist, auch was dir Spaß macht, die sind nie verschwendet. Auch ein Studium ist gut. So, wenn du aber schon irgendwie Möglichkeiten hast, deinen Traum zu leben, Möglichkeiten hast, irgendwie das zu machen, was du wirklich machen willst oder wenn du dich selbstständig machen willst in der Zukunft und so und du auch schon auf einem guten Weg bist, dann brauchst du das nicht unbedingt, meiner Meinung nach. Kannst du mal deine Bartseite zeigen, wo die Löcher so extrem hat? Das würde mich interessieren, wie sie sich gemacht haben. Bro, das war hier alles, Bruder. Ich hatte hier ein Loch. Ich hatte hier eins. Hier. Hier. Genau hier hatte ich eins. So, hier. Ja, das war's. Hier hatte ich eins. Ich glaube, hier und hier an der Seite. Ist alles zugewachsen. Woher kommen diese Löcher? Ja, das ist eine schwierige Frage, Alter. Das ist eine schwierige Frage, so. Das kann auf mehrere Sachen zurückzuführen sein. Also, zum einen, ich glaube, das kommt von innen raus. Ich glaube, es kommt von innen raus. Ich glaube, es kommt auf die, also bei mir war es, glaube ich, einfach meine, so, ich habe so viele Probleme für mich selbst im Kopf gehabt, so. so viele Sachen, die mich gefickt haben, die mich mitgenommen haben, so. Dass ich wirklich auch monatelang, weiß ich nicht, Digga, auch so in, so, komische Gedanken auch hatte und so. Und das hat alles dann aufgehört auf, wo ich wieder ein bisschen positiver geworden bin, wo ich wieder aus dem Loch rausgekommen bin. also Stress, negative Vibes, einfach so unzufrieden mit seinem Leben, mit seiner Umgebung, mit seinen Freunden und so. Also, das ist alles eine Sache, wo ich sage, das kann dazu beitragen auf jeden Fall. Na, Jul Kim ist mit 11 Euro am Start, Bruder. Ich küsse dein Herz, Digga. Faust auf die Realness, mein Bester. Und der schreibt, beneide dich, dass du diesen Wahnsinn in Deutschland nicht live miterlebst. Ja, so halb, 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 halb erlebe ich das ja schon mit so, täglichem Kontakt fast mit meiner Mom und die updatet mich da auch immer. Pö, Money, Alter. Ja, und die erzählt mir das halt natürlich auch immer so und es ist schon, ja, ich bin froh, dass ich nicht vor Ort bin, aber es ist trotzdem so, die Hälfte von mir ist noch in Deutschland. Also mein Herz, weißt du, meine Mutter, mein Bruder und so, Oma, Opa, die sind ja alle noch da, Bruder. Und deswegen ist schon scheiße auch für mich. Und ich habe ja auch Liebe für Deutschland und ich habe ja auch meine Community, ihr seid in Deutschland. Ja, tut mir auch leid, Digga. 30% mehr Regen, aber 161 Sonnenstunden. Normal sind 160. Das hat es ausgerechnet, Digga. Ich küsse dein Herz, Bro. Da kennt sich einer richtig aus. Aktuelle Lage in Deutschland. Wer Geld hat, haut ab. Wer kein Geld hat, kommt rein. Komm mit in, Mann. Das ist krass, Digga. Leon, ich küsse deine Augen, denn dein Herz ist rein, mein Bruder. Tobai, ich küsse dich, Digga. 11 Euro sind mehrere hundert Pesos. Du sagst es, Bro. Ich glaube, D.A.S. ist unser Mathematiker hier im Stream, ja. Mathegenierin, Mann. Du bist der Bruder für die Zahlen, sagst du, oder was? Wenn wir zahlenmäßige Fragen haben, kommen wir zu dir, wa? Noch Bock auf eine ernste Beziehung und Kinder, Digga. Das war im gestrigen Stream, wo ich, glaube ich, die Frage beantwortet habe und gesagt habe, ich habe Bock auf eine ernste Beziehung und Kinder. Innerhalb von einem Tag ändert sich das nicht, Bruder. Diana wollte gerade schlafen gehen, weil sie früh aufstehen muss. Egal jetzt, mal gucken, was abgeht. Wie geht's dir, Leon? Mir geht's gut soweit. Alles nice. Wie geht's dir? Hey, Najul Kim, nochmal mit 12 Euro am Start, Bruder. Was ist denn jetzt los, Digga? Herr mit dem Money. Ich küsse dein Herz, Bruder. Und zwar schreibt er, ich feiere dich, dass du zu dir selbst stehst. Was hältst du von Anarchie ohne Herrschaft? Boah, Bruder. Habe ich mir jetzt nicht so viel Gedanken drüber gemacht, ob ich das System nice finde, Bro. Habe ich mich auch nicht so, also ich weiß auch gar nicht richtig, also natürlich weiß ich, was Anarchie ist irgendwo, aber ich habe mir noch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, was für ein System ich am sinnvollsten halte, Bro. Sorry, Digga. Habe ich keine Ahnung. Was sagst du denn dazu? Diana sagt, drücken wir die Daumen, dass du eine Frau findest und Kinder haben sollst. Ich küsse dein Herz. Drücke den, Man. Leon, du hast mal erwähnt, dass du halb Afroamerikaner bist. Denkst du, denkst du, das ist auch ein Grund, warum du ein bisschen Zeit in Amerika verbringen möchtest? Yes. Definitivs. Definitivs, na Mann. Kommen bald wieder Interviews wie mit Manuelsen zum Beispiel. Sorry, falls die Frage schon kam, gerade erst eingeschaltet. Dir einen schönen Abend noch und bleib gesund. Ich küsse dein Herz. Bleib du auch gesund. Dir auch noch einen schönen Abend. Ob wieder Interviews kommen, so wie mit Manuelsen und so, weiß ich nicht. Jetzt gerade ein bisschen weniger, also jetzt gerade, wenn ich wieder Talks mache, habe ich Bock auf jeden Fall, habe ich Bock auf jeden Fall so, ja, einfach mit Menschen, so, muss nicht unbedingt Hip-Hop-Bereich sein, muss nicht Rapper sein, einfach mit Menschen, Digga, aus dem Leben, so, wo man, wo man einfach was von lernen kann, Digga, wo man einen guten Vibe, eine gute Energie hat, Digga, einfach mal was anderes auch so. Es gibt so viele interessante Menschen auf der Welt und es gibt auch so viele Menschen, die mich auch persönlich interessieren, die jetzt nichts mit Hip-Hop zu tun haben. So, habe ich schon Bock drauf, Bro. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Talk wise. Sag mal, drei Gerichte aus Mexiko, die man probieren sollte, Bre. Ah, Bro, dadurch, dass ich vegan unterwegs bin, esse ich nicht so viel außerhalb gerade und wenn dann in veganen Restaurants und da gibt es meistens so ganz normale Sachen, die jetzt nicht typisch mexikanisch sind, auf jeden Fall Tacos, Quesadillas, das muss man auf jeden Fall mal gegessen haben hier, Tacos auf jeden Fall, so auf jeden jeden Fall. Ansonsten, Bruder, Mescal saufen, ja. Keine Ahnung, Digga. Also so richtig viele mexikanische Gerichte habe ich noch nicht probiert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mal so eine Art Lasagne, was auch in einem mexikanischen Restaurant war. Ob es jetzt typisch mexikanisch ist, habe den Namen vergessen, weiß ich nicht, Bruder. Ich war im Juli in Cancun, Bro. Mehr war einfach voller Algen. Die haben miese bearbeitet, die Bilder. Danielo, Bro, in Cancun gibt es ja voll viele Strände, Digga. In Cancun gibt es eigentlich immer einen Strand, der ohne Algen ist, Bro. Und es ist auf jeden Fall immer eine Zeit, wo Algen am Start sind. Aber in Cancun ist es ja geil, dass du mehrere, ich glaube auch, also zwei verschiedene Meere da am Start hast, glaube ich, wo du hingehen kannst und schwimmen gehen kannst. Und ja, deswegen hättest du ein bisschen dich informieren sollen, Bro. Und es gibt auch so Apps, wo du gucken kannst, welcher Strand gerade clean ist und welcher dirty ist, Bro. Ich gucke deine Videos schon so lange dabei, aber seit wann bist du Veganer? Fragt die Diana. Hat sich gereimt. Seit wann bist du Veganer? Fragt die Diana. Seit drei Jahren? Seit acht Jahren kein Fleisch? Solltest du eigentlich mitbekommen haben, wenn du mich verfolgst? Don't lie to me, man. Girl. Sorry. Ali Cha. Habibi. Was geht's hier, Mann? Taco sit in, motherfuck, ey? Ey, Spuma. Weh, jo. War trotzdem wild dort. Einfach ganz andere Menschen. Deutschland did out, man. Yeah. Also, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, nochmal nach Tulum zu kommen, Bro. Weil da hast du auch nochmal ganz andere Menschen am Start, so. Was mir in Cancun aufgefallen ist, da kommen halt viele wirklich hin, um sich so richtig abzufacken, ne? Also, abzufacken meine ich halt, tot zu saufen, Party zu machen, Spring Break und so ein Shit. Hier in Tulum ist es ein bisschen anders, weil hier gibt es auch keine richtigen Clubs, sondern eher so Bars, Restaurants, wo dann auch gefeiert wird nachts. Ist schon ein Unterschied, Dicker. Playa del Carmen und Cancun ist definitiv mehr Party. Du siehst maximal traurig aus, hat einer geschrieben. Ich bin maximal müde, Bro. Maximal, Dicker. Hat sich fast wie Manuel Hälsen angehört, ne? Maximal, Dicker. Maxi. Die wichtigste Frage ist, wie viele wurden gesmashed? Echt, ja? Leben mit Outman. Wie kamst du darauf, dich vegan zu ernähren? Bro, das hat, Bro? Ja, das hat eigentlich gesundheitliche Gründe, also gesundheitliche Gründe waren so im Vordergrund, habe ich ja auch schon öfters erwähnt, gesundheitliche Gründe waren da im Vordergrund und mit der Zeit kamen auch ethisch-moradische Gründe dazu und das hat mich dann auch am Ball gelassen, so. Leon, was denkst du über die momentane Bushido-Flair-Situation? Ich finde es traurig, Dicker. So. Für mich ist Flair genauso CCN wie Bushido, Dicker und er sollte damit machen können, was er will, Bruder. Dass da überhaupt rumgemacht werden muss, rumgeklagt werden muss und irgendwelche Amazon-Boxen da storniert werden und so, ich finde das traurig, einfach nur schade, so. Einfach nur schade, Bro. Also wenn, ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, weil ich bin da jetzt persönlich nicht involviert, aber wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir so, Bro, Bro, du hast doch genug Probleme gerade in deinem Leben, warum musst du jetzt noch, warum musst du jetzt noch da auf, auf, jedem alles schlecht machen und zubauen wollen, Dicker. What the fuck, Bro. Bro, what the fuck, Dicker. Ich kann es menschlich überhaupt nicht nachvollziehen, Dicker. Du hast genug Sachen, Dicker. So, weißt du? Naja. Muss man auch nicht verstehen. Manche Menschen sind so, manche Menschen sind so. Ich habe mir auch gestern das Greeny-Interview reingezogen, Bro, und wenn es stimmt, was der da so erzählt, Dicker, dann haben wir ja noch einen Kandidaten, der ähnliche Vibes am Start hat, so. So, ich werde es nie nachvollziehen, Dicker, wie man nicht nur erfolgreich werden will, sondern auch noch will, dass andere nicht erfolgreich sind, so. Wieso? Wieso, Dicker? Was hast du für ein Herz, Dicker? Weißt du, ich meine so, was hast du für ein Herz, Dicker? Ist doch, ist doch, ei, 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 ei.